Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ja, ganz schön eine kacke Mission, die wir da beim letzten Mal in Kroatien hatten. Jetzt sind wir in Albanien und... Reparieren Sie die Brücke mit einem Ingenieur. Genau, soll man wieder Brücken reparieren? Brücke repariert. Packen wir ein und verschwinden wir! WMT erwartet Befehle. Warten auf Einsatzbefehl. Einheit befandelt. Unterwegs. Commander? BMT, wie ist der Plan? Es kann losgehen. BMT erwartet Befehle. Alles bereit. Gruppentransporter. Operation läuft. Melde mich zum Dienst. Bin unterwegs. Ich will meine Ingenieure in Sicherheit wissen. Rennerdiertrop. Raketentrop kampfbereit. Haltet die Waffen bereit. Creditor-Crew bereit. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Einheit wird angewiesen. Greifen an. Einsatzzier rein. Unterwegs. Empfange Nachricht. Nehmen Sie diese Rüstungsplattform ein, um auf der östlichen Anhöhe einen Sammelpunkt einzurichten. Und halten Sie die Stellung. Wir schicken Verstärkung. Was ist das? Gebt alles! Aufgepasst! Einheit bereit! Raketen bereit! Einheit befördert! Ingenieur neutralisiert! Unsere Basis wird angegriffen! WMT erwartet Befehle! Unterwegs! Wo werden wir gebraucht? Okay! Auf Empfang! Panzerdivision ausrücken! Unterwegs! Rennern ihr Trupp! Ihr Fettbull! Los! Okay, ich glaube ich werde aber erstmal diese Plattform da oben einnehmen. Panzerdivision! Feindliche Stützpunkt in Sicht! Verstanden! Feindliche Einheiten in Sicht! Greife an! Einheit wird angegriffen! Wir kennen ihre Position! Ziel bestätigt! Verstanden! Nähere mich Ziel! Panzerdivision ausrücken! Verstanden! Feindkontakt unterwegs! Fix! Nieder mit ihm! Verdicht in Sie! Angegriffen! Bringen wir es hinterher auf! Granaten bereit! Feind anvisiert! Feindliche Einheiten in Sicht! Ziel bestätigt! Feuer! Verstanden! Wir kennen ihre Position! Ich fluchte in dieser Mission, werde ich keine Basis zur Verfügung gestellt bekommen! Vernichtet sie! Feuer! Vernichtet sie! Dringe in Kampfgebiet ein! So, ist das die Rüstungsplattform? Kannst du die Vision ausrücken? Fertig an der in Sicht! Truppentransporter! Einheit beferdet! An die Arbeit! Da! Gebäude angenommen! Einheit beferdet! Commander! Predator! Ausbeben! Mammut einsatzbereit! Verstärkung nähert sich! So, ich brauch die Rick mal kurz woanders! Feindliche Einheiten in Sicht! Unbesiegt! Firehawks sind einsatzbereit, Commander! Soweit! Empfange Nachricht! Bei diesem Nachschublager handelt es sich um das größte Depot der Bruderschaft in diesem Gebiet! Zerstören sie die Produktionsgebäude und die Fahrzeuglager von Nord! Alter Schwede! Wo sollen wir hin? Der Firehawk ist der modernste Starkflügler der GDI! Seine Feuerkraft und seine Vielseitigkeit sind unerreicht! Einheit wird angegriffen! Nach der Wahl der passenden Bombenlast kann der Firehawk gegen Bodenziele und Flugeinheiten eingesetzt werden! Einheit befördert! Einheit befördert! Auf einer Landeplattform kann der Firehawk mit Raketen oder Bomben bestückt werden! Ihr Firehawk! Unsere Basis wird angegriffen! Neues Bonus-Ziel! Zerstören Sie mit den Raketen des Firehawks feindliche Flugeinheiten wie den Venom-Gleiter von Nord! Rick ist bereit! Roger! Dann schauen wir doch mal! Einheit verloren! Einheit wird angegriffen! Geheimdienstdaten aktualisiert! Einheit befördert! Bodenunterstützung! Ausschwärmend! Wir wären dann soweit! Einheit wird angegriffen! Creditor kampfbereit! Wird repariert! BMT, wie ist der Plan? Hier kommen! Bereit! Halt! Unaufhaltsam! Und versteigt die Partie! Mammutpanzer! Rücke vor! Haltet die Waffen bereit! Scheiße! Es kann losgehen! Es kann losgehen! Unbesiegbar! Gut! Ich würde mal sagen, von der Basis hier aus geht's ab! Alles okay! Wir sind startklar! Firehawk unterwegs! Roger! Firehawk unterwegs! Einheit wird angegriffen! Verstanden! Feindliche Einheiten in sich! Fliegen zum Zielgebiet! Verstanden! Los geht's! Boris Ziel erreicht! Feindliche Stützpunkt in sich! Ja, Sir! Sind bereit! Nähere mich Ziel! Rücke berät! Einheit wird angegriffen! Das müssen wir uns verarschen! Macht sie platt! Bereit! Nachladen! Völlige Überlegenheit! DMT! Wie ist der Plan? Der Plan ist alles zu plätten! Einheit wird angegriffen! Einheit befördert! Feindliche Stützpunkt in sich! Nähere mich Ziel! Feindliche Einheiten! Verstanden! Roger! Zurück zur Basis! So, ich glaube, ich muss mal sein restliches Zeug hier noch ein bisschen lahmlegen! Okay, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Rest der Mission relativ einfach werden könnte! Wir sind startklar! Ziel bestätigt! Feindliche Einheiten in sich! Warten auf Zielkoordinaten! Ziel erfasst! Wir sind startklar! Wir sind startklar! Einheit wird angegriffen! Los geht's! Warten auf Zielkoordinaten! Warten auf Zielkoordinaten! Warten auf Zielkoordinaten! Einheit wird angegriffen! Warten auf Zielkoordinaten! Wo verstecken sie sich? Gegen wen geht's? Gruppentransporter! Näher an uns Ziel! Wie sie machtlos sind! Alles okay! Vollen Schub! Nehmen sie ihr Rüstungsplatz! Was? Achso, die kann ich noch einnehmen! Ich habe verstanden! Feindliche Stützpunkt in Sicht! Nähere mich Ziel! Feuerhawk ist bereit! Los geht's! Warten auf Einsatzbefehl! Wir greifen an! Stealth-Einheit geordnet! Feuerhawk ist bereit! Los geht's! Einheit wird angegriffen! Ah, sie kommen wieder! Kabuum! Einheit befördert! Einheit wird angegriffen! Tja, das war ein Satz mit X, würde ich mal sagen! Fliegen zum Zielgebiet! Feindliche Stützpunkt in Sicht! Feindliche Einheiten in Sicht! Ich erledige das! Nähere mich Ziel! Einheit verhoben! Ingenieur neutralisiert! Scheiße! Holt sie euch! Angegriffen! Unterwegs! Nichts wie weg hier! Verdammt! Alles klar! Einheit befördert! Wir sind startklar! Neuer Kurs bestätigt! Feindliche Einheiten in Sicht! Feindliche Einheiten in Sicht! Einheit wird angegriffen! Alles okay! Los geht's! Warten auf Zielkoordinaten! Warten auf Einsatzbefehl! Die sind echt krass! Die Firehawks! Leck meine Eier! Alles klar! In Sichtweite! Warten auf Zielkoordinaten! Einheit wird angegriffen! Einheit wird angegriffen! Wir greifen an! Alles okay! In Sichtweite! Und tschüss! So, der Obelisk des Lichtes ist nicht mehr! So, dann können wir hier entspannt von der Basis aus operieren! Der gehört mir! Feindliche Einheiten in Sicht! Einheit... Die TDI greift uns an! Zerstört alle Fahrzeuge! Das fällt euch ja früh auf! Initialisieren Video-App. Wirklich sehr beeindruckend, Commander! Die Vernichtung all dieser... Unbemannten Fahrzeuge! Nicht auszudenken, was sie tun, wenn die Ziele zurückfeuern! Boah! Das ist berechtigt, aber... Naja! Ziel erpasst! So, das wär's mal damit! Alles klar! Er hier ist schon wieder bereit! Fliegen zum Zielgebiet! Feierhawk unterwegs! Feindliche Einheiten in Sicht! Feindliche Einheiten in Sicht! Fliegen zum Zielgebiet! Kaboom! Feierhawk ist bereit! Neuer Kurs bestätigt! Feierhawk unterwegs! Feierhawk unterwegs! Ich erledige das! Warten auf Zielkoordinaten! Ziel erfasst! So, jetzt fehlt nicht mehr viel! Fliegen zum Zielgebiet! Einheit wird angegriffen! Landung vorbereiten! Feierhawk ist bereit! Los geht's! Warten auf Zielkoordinaten! In Sichtweite! So! Hier fehlt noch irgendwas! Irgendwas ist hier noch nicht kaputt! Feindliche Einheiten in Sicht! Ah, hier steht noch ein Panzer! Los geht's! Zurück zur Basis! Und hier steht auch noch einer! Ach komm schon! Warten auf Zielkoordinaten! Ich erledige das! Stealth-Einheit geordnet! Einheit wird angegriffen! Einheitsziel erreicht! Kaboom! Ha! Na, die war jetzt wieder sehr... Naja, wobei am Anfang war sie schon ziemlich knackig, aber... Hey, wir haben's geschafft! 20 Minuten! Läuft! Naja, konnte ich ja nicht mehr, weil meine blöden Ingenieure draufgegangen sind! Soviel zum Thema, ich möchte sie in Sicherheit wissen! So! Sarajevo! Der große Showdown in Osteuropa! Erwartet uns dann beim nächsten Mal! Liebe Freunde, wir sind leider schon wieder am Ende! Ich weiß, dass wir nicht jetzt 20 Minuten vollgemacht haben! Aber ich möchte die neue Mission dann mit einem neuen Part starten! Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer alles Gute! Und ich hoffe, ihr hattet Spaß! Es freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid! Wenn es wieder heißt, let's play! Command & Conquer 3 Tiberium Wars! Bis dahin! Servus Freunde, macht's gut! Das war ganz spannend! Aber noch ein bisschen zu Ende! Ich musste ein bisschen wie immer leichter gehen! Vielen Dank.